So sieht Wischen in Altena aus, meine Damen und Herren. Nicht, dass das Kinderarbeit sein soll. Muss auch mal ein bisschen strampeln, mein Kind. Das muss auch sauber werden. So, jetzt in die Richtung wieder. Ich geb dir mal Starthilfe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Er muss auch durch das Wasser fahren. Muss auch geputzt werden. Ja, wir nehmen unsere Sache hier sehr ernst. Strampeln, das wird ja nie sauber. Was für ein Stress. Ja, so geht das doch.